Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 374 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Unser Ziel ist es, hier diesen Zug auszutauschen, weil das neue Diesellok ist. Wir hatten hier elektrifiziert und das werden wir nach dem Intro dann mal umstellen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also hier haben wir einen Halt. Warte mal, wir können da mal gleich gucken. Wie viele Passagiere stehen denn hier so? Reichlich, ne? Achso, die wollen ein Schloss, das ist intern. Lauter intern alles wohl. Über Lauter, wer will denn wohin? Lauter ist diese Stadt, ne? Ja, passt. Wollen denn auch welche woanders hin? Außer Lauter, über Lauter, Kindergarten. Aha, nach da hinten wollen noch sieben. Gibt es auch welche, die noch woanders hin wollen? Nö, nach Sonderhausen will hier keiner. Okay, wie sieht das hier hinten aus? Hier ist der Kindergarten, alle wollen nach Lauter, okay. Wie hieß denn der Bahnsteig da? Sonnenwendgasse, okay. Auch ganz viele, die da alle hinwollen. Sonderhausen, hier ist Straße. Warte, hier ist Sonderhausen, hier ist Straße. 134 wollen nach da hinten. Lauter, Sonnenwendgasse, ist die da unten? Einer. Okay, das heißt, der Zug, der da fährt, ist jetzt passend groß erstmal von diesen zwei Halten. Jetzt haben wir aber noch da hinten die Sonderhausen-Hirschgasse, oder wie sie auch immer hieß. Müssen wir nochmal hin, slidern. So, wie sieht es hier aus? Oh, 21156 zum Kindergarten, hier passt was nicht. Und Sonnenwendgasse hatten wir auch noch einen Lauter, oder? Ja, hier ist die Sonnenwendgasse 41, aber das ist nichts, das passt. Aber zum Kindergarten haben wir einen großen Stau, das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell mal einen Zug machen. Aber ich denke, ach so, 1, 2, 3, 4, 5 haben wir hier. Und da hinten, 1, 2, 3, 4, da ist auch 5. Und da oben, habe ich jetzt nicht geguckt, ne? Da müssen wir nochmal gucken. Was haben wir da für eine Haltlänge? Aber wir können ja notfalls auch ausbauen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist hier. Okay, die anderen sind 5 und der 6. Dann müssen wir mal gerade schauen, dass wir einen Zug an den Start bringen, der Elektro-Traktion ist, der 160 kmh fährt, weil das sind ja hier die Gleise mit 160, oder? Ja, die haben wir immer schön gebaut. Und jetzt hier, der ist der ICE 250, der ist zu schnell, was haben wir hier? Guck mal, hier ist gleich der passende. Der flirt, Kopf elektrisch, okay. Schluss, okay. Und hier ist ein Waggon dazwischen. Und der hier? Ah, noch einer mit Stromabnehmer. Was ist das hier? Ist auch ein ICE, der fährt aber noch schneller. Keine Ahnung. Ach so, der gehört da wahrscheinlich zu dem schnellen noch dazu, ne? 330. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir auch noch einen, aber der fährt nur 120. Das heißt, wir müssen den Flirt hier nehmen. 1. Okay, da sind schon zwei Teile dann. 123. Der andere, der hatte über 500 gerade, ne? Das war der Schlusswagen, ne? Das kann man ja dann so doppelt machen, oder? So, 362 und den jetzt auf die passende Linie, und zwar vier Städte, oder wie war das? Ah ne, zwei Städte ist das ja nur noch, zwei Städte Express. Das passt jetzt, und wir kopieren den, und ich glaube, wir können den sogar dreimal fahren lassen, weil da 21.000 stehen. Und er hier kann jetzt auf Ausmustern, warte, da unten kommt gerade den, den ich haben will. Und Ausmustern. Der fährt jetzt noch zum Kindergarten. Oh, ich habe gar nicht nach der Haltlänge geguckt, ich hält. Da ist noch einer drin, dann ist das der dritte, oder? Ne, er ist der zweite. Ah, Fahrzeugdetails. Ah, zum Glück, Faltlänge 5. Und hier ist der dritte dann. Gut, dann passt das erst. Naja, der erste ist nicht voll. Den können wir ja mal verfolgen gerade, oder? Der fährt jetzt hier hin. Kommt da nicht dran vorbei, aber ich glaube, das geht gleich, ne? Das ist nur, weil er aus dem Depot rausgekommen ist, glaube ich, das Problem. Ja. Gut, der ist weg, das ist schon mal prima. So, welchen verfolgen wir jetzt gerade? Gar keinen. Das war der erste, oder? Ja. So, der ist schon voll geladen. Der ist noch nicht so weit. Und der hier ist auch noch nicht so weit. Aber der kommt gerade an und 121, okay. Der steht aber noch ganz woanders, ne? Der steht noch und wartet auf Kindergartenfreie Fahrt, okay. Der fährt zum ersten Bahnhof jetzt, zum Sonderhausenbahnhof. 121 ist natürlich nicht so viel, aber der kommt jetzt gerade am zweiten an. Da wird da jetzt noch welche zusteigen lassen, will ich hoffen. Okay, ist aber weniger. Ne, 100 ist mehr. Hier unten ist, muss ja wieder voll werden, wenn die alle zum Kindergarten wollen. Ist so. Ja, hier hat natürlich nur sieben Passagiere. Das ist jetzt nichts. Aber okay, die Kindergartenleute müssen da von diesem Bahnhof hier. Werden wir schon hinkriegen, denke ich. Er ist auf jeden Fall voll. Er nicht. Wird aber gleich voll, weil er jetzt ja im Hirschweg, oder wie der heißt, die meisten holt. Und hier Straße heißt es, okay. Der fährt hier 160. Jo, ist auch voll geladen und fährt trotzdem 160. Das passt. Der Flirt läuft. Er hat sieben immer noch. Fährt schon den zweiten Bahnhof an. Okay, das ist schlecht. Aber was willst du machen? Der erste fährt plus ein. Ja, das reicht schon, denke ich. Macht jetzt ein bisschen Geld, weil er hier welche entlädt, denke ich. Ja, ja. Okay, das reicht. Und jetzt fährt er noch in den letzten Bahnhof rein. Mit seinen Anhängern da, oder wie man das sagen will. Da kommt er jetzt rein und dann läuft es, oder? So. Ist im Plus und hat 155 hier geladen. Und jetzt fährt gerade der Güterzug hier erst raus. Okay, das ist jetzt nicht so dolle, aber was willst du machen? Ich hoffe, der Güterzug fährt schnell genug. Kann ich den hier anklicken durch? Okay, Schiebebetrieb. Fährt nur 120, schade. Aber der fährt ja durch, während der andere gleich hier da nicht durchfährt, sondern anhalten muss. Ich hoffe, der wartet dann nicht zu lange auf den da unten. So, 155, 362, das ist nicht der, das ist der. 288, okay. Aber hier ist schwarze Zahl schon, da ist schwarze Zahl. Der hat hier noch keine schwarze Zahl, aber die wird jetzt sein, weil er hier, glaube ich, gleich ankommt. Dann müsste das eigentlich passen, oder? Ah, weiß nicht, ob er hier schon eine schwarze Zahl kriegt. Vielleicht nicht. Naja, nicht ganz. Aber den Rest lässt er ja beim Kindergarten raus, dann wird es klappen. 1700, 3300 und gleich hier 0 oder so. Wieso fährt der jetzt eher da der Gegenverkehr? Okay. Das ist der mit 58, okay. Ja, auf dem Rückweg wird es jetzt ein bisschen knapper, ne? Der hat jetzt, wenn der andere 58 hier geholt hat, holt der hier keiner groß an, ne? Oh, doch 53, geht. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. 213, wo steht der denn? Warte auf Freistrecke. Ah, der Güterzug hat doch blockiert noch. Okay, dann ist das so. Wird schon werden, ne? So, jetzt kommt der. Der hat hier noch nicht Plus gemacht, aber 6,20 Euro sind es jetzt schon mal. Ah, Minus. Also es geht. Die werden alle drei Plus einfahren, gehe ich von aus. Wichtig ist, dass hier die 20.000 nachher weg sind. 19.000 sind es ja schon nur noch. Und die Sonnenwindgasse sehe ich jetzt gerade hier gar nicht, oder? Und da ist nochmal, oh, nochmal 600 Leute Kindergarten. Aber das passt alles soweit, würde ich sagen. Funktioniert. Hier oben steht der Zug, der dann weiter alles bringt. Gut. Schwarze Zahl, schwarze Zahl, rote Zahl. Äh, was passiert hier? Achso, er fährt, wartet auf den. Äh, das sieht jetzt hier nicht ganz gut aus, ne? Aber es ist noch irgendwie gegangen, wohl. Hahaha. Warte auf Freistrecke. Er hätte vielleicht nicht bis zu dem Signal fahren dürfen, meines Erachtens. Naja, jetzt ist auch egal. Jetzt ist er das hier, ne? Oder? Naja, da ist, aber der ist jetzt voll, ne? Vom Kindergarten her, das passt dann. Also diesen brauchen wir uns hier keinen Kopf drum machen, der wird Plus einfahren. Dieser ist schon ein bisschen tricky, ne? Obwohl er jetzt natürlich auch, ja, gerade im Plus hier, ähm, ja, und jetzt zweieinhalb Tausend. Und ich lasse das mal gerade einen Moment schneller laufen, um zu gucken, ob was passiert. Es sind alle drei Zahlen gerade rot. Ja, auf jeden Fall, das sieht man hier, dass es da jetzt fünfe sind, hier sind es vierer und hier sind es zehner. Brauchen wir nicht drüber reden, das läuft hier. Die werden hoffentlich dann auch da die Zahlen abbauen hier. Ja, sind wir nur bei 18.000, das wird werden. Dann muss man nur nachher wieder gucken, hm, ob das auch reicht. Das müsste man nachher vielleicht einen wieder runternehmen dann oder so, weil dann abtransportiert ist. Das liegt daran, dass es dann ja mit den 592, die da Diesel-Personenzug hatte, aufgebaut hat, was wir jetzt abbauen. Gut, der fährt hier, da ist alles gut. Wir müssen jetzt aber gucken, dass wir den Flirt mal kriegen. Der hat jetzt gerade gedreht. Wo gehen die Reisenden jetzt hier? In Sonderhausen intern? Wollen wir nicht. Wir bräuchten jetzt Flotow. Aber nach Flotow fährt hier gar keiner, ne? Komm, den will ich haben. Also, das ist schon der Zug hier oben, ne? Okay, der fährt hier jetzt wieder raus mit 276. Startleister ist das, okay. Fährt nur 120. Müssen wir überlegen, dass wir den auch austauschen. Wie viel fahren denn von der Sorte da auf der Strecke? Nur einer oder mehrere? Weiß ich gar nicht. Was ist überhaupt hier? Sonderhausen, Sonderhausen, lauter Sonderhausen. Da ist kein Flotow bei, ne? Die Postsäcke, ja. Aber sonst nix. Wo fährt denn der jetzt? Ach, der fährt nur... Pendelt der nur zwischen da und da? Kann das sein? Ich glaube, das kann sein, ne? Und hat er denn hier welche stehen? Sonderhausen, Hirschweg brauchen wir. Ist das jetzt der? Ja. 130? Okay, die kriegt er jetzt immer frisch von den anderen geliefert, ne? Sonderhausen, Rosenweg. Ist das okay? Runter. Hirschweg ist jetzt hier keiner, ne? Über Flotow wollen dann 4.000, die sind nach oben weg. Ja, sehr gut. Ich sehe hier... Oder habe ich irgendwas Falsches ausgewählt? Nein, ne? Ne, das ist schon richtig. Achso, erstmal hier. Rosen. Wo sind hier die Rosen? Da unten. Zwei. Gibt's noch Rosen? Bestimmt Überrosen. 33. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Okay, da sind die 35. Das passt, die Zahl. Aber das muss so bleiben, weil... Ja, es muss aus dieser Richtung noch... Achso, das haben wir ja links offen. Sonderhausen. Hirschstraße, da sind sie. 2474, okay, das passt. Und dann hatten wir aber noch nach Flotow. Allacherstraße, auch nochmal 4.000, okay. Jetzt müssen wir nur gucken. Ach, hier ist gar nicht... Doch, ist auch elektrifiziert. Aber das ist noch eine Diesellok, ne? Die 140 fährt anstatt 160. Er kommt... Mit nichts runter, sozusagen. Fahrplan. Ja. Und voll zurück. Ne, da wollte ich nicht. Da wollte ich Fahrzeugdetails. Ne. Da wollte ich hin. Und dann Fahrzeugliste. Aha, es fahren zwei da lang, okay. Gut, dann müssen wir die auf jeden Fall austauschen. Und den einzelnen da auch. Den, ja. Der muss getauscht werden. Wie heißt denn die Fahrt? Sonderhausen, Hirschstraße, Rosenweg, okay. Da würde ich jetzt den etwas schnelleren favorisieren. Obwohl, eigentlich wäre es egal bei der kurzen Strecke. Ah, der ist ja schon hier. Der fährt wahrscheinlich noch nicht mehr die 120 groß da, oder? Ja, da schafft er es ja gerade beim Bahnhof rein. Lass mal gerade gucken. Fährt jetzt zurück. Okay, 90. Jetzt hat er die 120 gerade so erreicht in der Kurve. Und bremst da schon ab. Ich glaube, den können wir so lassen. Da brauchen wir nichts dran zu tun. Allerdings ist das ein Diesel, oder? Kann ich das hier irgendwo hier sehen? Momentaner Bremswert 1, okay. Sehe ich das hier irgendwo mit dem Diesel? Ne, ne? Leistung 550 kW. Ich sehe jetzt hier kein Strom, oder sowas. Hätte der irgendwo anders angezeigt. Aber das ist definitiv ein Diesel. Leistung 1056 kW. Kann ich das mit dem in irgendeiner Form vergleichen? Fahrzeugdetails. Kilometerstand gibt es auch, okay. Referenzwert 160 kW für Speed-Bonus. Okay, und da 120 kW für Beats-Bonus. Beats-Bonus, ne? Klar. Ja, ich sehe jetzt hier leider nirgendwo. Aber da das so ist, machen wir den definitiv dann auch ein Elektro. Vielleicht bringt uns das weiter. Das war der, ja, warte mal. Hier haben wir einen, ja, ne? Das ist er, ja, genau. Und das ist Diesel. Der Strom. So. Und so. Und so und so. Und dann kommt der auf Sonderhausen. Hier ist Straße Hosen. Und starten. Schließen. Das ist der Diesel, richtig. Genau, der kommt auf Ausmustern. Und der andere übernimmt das dann. Gut. Jetzt sind wir da auch ein Stück weiter. Und der nächste Schritt ist dann, die beiden hier oben auszutauschen. Aber, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt mal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.